Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch, nämlich mein eigenes kleines Hausrodel. Ja, das besteht zum Ersten aus Maria. Maria geht's heute wirklich nicht so gut. Ich merke seit ein paar Tagen, ja, sie humpelt. Ich werde auch nochmal ein großes Blutbild machen lassen, weil sie gefällt mir nicht. Ihr kennt das sicherlich, ihr kennt eure Hunde und ihr merkt sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das ist bei Marie im Moment der Fall. Also sie hat ein bisschen Aua vorne links im Lauf und ja, da werde ich jetzt mal nächste Woche mit zum Tierarzt fahren, ne, meine Maus. Ja, die Marie, die ist jetzt circa sieben Jahre bei mir, ist so um die elf und kommt aus dem spanischen Tierschutz. Sie ist eine ganz, ganz souveräne, coole Hündin, hat ihre Freiheiten. Wenn sie nicht will, lasse ich sie. Also ich zwinge sie zu gar nichts. Und Marie ist für mich so ein Seelenhund, der mich immer wieder in die Ruhe bringt, in die Balance. Marie ist der Hund, der mir in bestimmten Situationen bei Leinenbegegnungen sehr gut hilft. Weil es gibt Hunde, die flippen an der Leine komplett aus und die Hundebesitzer kriegen es nicht mehr geregelt. Und da hat Marie mir bisher immer sehr gut geholfen, weil sie bleibt immer ruhig. Sie lässt sich nie aus der Fassung bringen. Sie ist jetzt nicht der Hund, der jetzt hier bei mir auf der Couch sitzt und mit mir rumschmust. Eher gehe ich manchmal zu ihr auf den Boden der Tatsachen und lege mich mit ihr dahin und dann gehen wir in den Körperkontakt. Aber Marie hat eben auch eine Aufgabe hier. Sie passt auf, weil in ihr ist ein Herdenschutzhund. Und der passt auf, wenn es zum Beispiel abends irgendwas Neues gibt, dann schlägt sie an. Also so sanftmütig und so süß wie sie ist, genauso klar zeigt sie, ey, das ist mein Grundstück. Also Marie ist für mich mein Balancehund. Sie bringt mich immer wieder in die Ruhe und in die Ausgeglichenheit. Ja, das ist die kleine Ola. Sie sieht ja irgendwie so winzig aus und man könnte ja sagen, ach, die ist aber eine kleine junge Maus. Nein, wenn man genauer hinschaut, hat sie eine ziemlich graue Schnute und sie ist schon zehn Jahre alt. Neun Jahre ihres Lebens hat sie in Portugal an einer Kette gelebt. Man glaubt es kaum, aber dieser Hund war ein Kettenhund. Neun Jahre lang hatte sie nichts anderes als eine kleine Hütte und ihre Kette. Mehr nicht. Ja, dann irgendwann kam sie zu mir über den Tierschutz und hat dann hier bei mir im Revier ein neues Zuhause gefunden. Sie ist eine ganz, ganz zarte Maus, hat aber auch echt Flusen im Kopf und lebt jetzt ihr Leben wirklich aus. Sie ist so happy, dass sie frei ist. Sie ist so glücklich, dass sie sich frei bewegen kann. Sie tollt über die Wiese. Sie spielt. Sie lässt sich anfassen. Am Anfang hatte sie wirklich extreme Angst. Also wenn ich dann irgendwie so gemacht habe, dann ist sie schon zusammengeschrägt. Sie ließ sich kaum anfassen oder fixieren. Und jetzt haben wir zwei eine wundervolle Beziehung. Ola steht für mich für Hoffnung. Warum? Weil selbst so ein alter Hund kann nochmal ganz neu anfangen. Also ein Hund, der neun Jahre an der Kette gelebt hat, ist dankbar für jede Zuwendung und ist dankbar für jede Freiheit, die er genießen kann. Aber ihr wisst, ich bin ja auch immer gerne konsequent, heißt sie hat auch bestimmte Regeln einzuhalten. Und das war am Anfang so ein bisschen schwierig, aber jetzt klappt das schon ganz gut. Wie ihr seht, das alte Mädchen oder die alte weise Dame steht für mich für die Hoffnung. Heißt also, selbst alten Hunden aus dem Tierschutz immer eine Chance geben. Sie hat sich sofort im Handumdrehen oder im Pfotenumdrehen in mein Herz geschlichen. Die kleine Ola. Es gibt übrigens auch ein Lied über sie. Jetzt stelle ich euch meine Miezi vor. Miezi. Warum heißt der Hund Miezi? Ja, ich hatte einfach keinen Hundenamen mehr. Also habe ich gedacht, gebe ich ihr einen Katzennamen. Das tut ihm aber keinen Abbruch, weil Hunden ist eigentlich egal, wie sie heißen. Miezi ist so meine unsicherste Maus im Rudel. Also auf der einen Seite ist sie etwas schreckhafter, nicht immer die souveränste. Also sie ist eigentlich so das Küken in der Familie und ist auch relativ schnell aus der Balance zu bringen. Miezi ist so, wenn man so die Hunde, die ich jetzt bei mir habe, eigentlich so der Wackelkandidat im Rudel. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch ein Hund, der sehr, sehr lernbegierig ist, der sehr, sehr schlau ist und der gerne Aufgaben hat. Also mit Miezi kann man wirklich echt allen Blödsinn machen. Und sie ist so eine ganz, ganz schnelle. Sie ist so eine, ja, die auch schnell überpest. Oder wenn man mit ihr zum Beispiel spielt, dann muss man aufpassen, dass man eben auch Pausen einbaut. Weil wenn Miezi beim falschen Hundebesitzer wäre, der ständig mit ihr Ball spielen würde, dann würde sie relativ schnell innerhalb eigentlich von einem Tag zum Balljunkie. Und da bin ich ja kein Freund von. Und Miezi kommt auch aus dem spanischen Tierschutz, genau wie meine Marie. Und Miezi kommt aus einem Shelter, hat jetzt nicht unbedingt die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Und sie versteht sich mit allem. Mit Menschen, mit erwachsenen Menschen, mit Kindern, mit anderen Hunden. Aber sie ist wirklich eine ganz, ganz zarte, süße Maus. Und jetzt komme ich zu dem Rüden in meinem Wurf. Ja, das ist der Babu. Babu kommt aus Portugal und ist jetzt vor, ja, circa einem Dreivierteljahr hier bei mir eingezogen. Aber er ist nicht alleine eingezogen. Er hatte noch eine zweibeinige Freundin im Schlepptau. Ja, und das ist meine Lebensgefährtin, die Lisa. Und die Lisa hat den Babu aus dem Tierschutz in Portugal. Sie hat ihn dort aus einem Shelter geholt. Und der Babu ist eine echt zart beseitete Seele. Also, der ist schnell überfordert mit neuen Situationen, mit neuen Menschen auch. Aber da darf man Verständnis haben. Wir zwei haben auch eine Zeit lang gebraucht, er mir das Vertrauen geschenkt hat. Aber gerade die Hunde aus dem Tierschutz, ja, ihr wisst, da braucht man eben echt viel Geduld. Aber der Babu ist ein Schlauer. Der ist ein ganz, ganz Schlauer und er ist mit Hunden der absolute Hammer. Der versteht sich wirklich mit jedem Hund. Was ich interessant finde, ist, dass er erstmal so ganz klein hier ins Revier reinkam. Und mittlerweile geht er ja jeden Tag in die Hundetagesstätte und er geht da hinten rein. Ja, wie so ein Großer, ne, mit breiter Brust. Und mosert auch schon mal so ein bisschen rum und sagt, hey Leute, ich habe ja auch einiges zu sagen, weil ich wohne hier. Ja, ich bin jeden Tag hier. Das ist Babu, genau. Der kleine Hund mit den riesen Fusselsohren. Ganz toller. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Ihr habt schon darauf gewartet, oder? Die Molly. Boah. Ich könnte euch stundenlang über Molly erzählen, weil sie ist einfach, sie ist eigentlich unbeschreiblich. Also sie hat so viele Charaktereigenschaften. Sie vereint einen liebevollen Hund mit der Stärke eines Riesen. Sie hat so viel Selbstbewusstsein. Sie scheut vor keinem Hund zurück. Also sie ist sich auch nicht zu schade, in einem Rudel von 35 Hunden aufzuräumen und klarzumachen, dass sie die Chefin vom Revier für Hunde ist. Sie ist die Meisterin der hündlichen Kommunikation. Sie hat auch schon ganz, ganz viele Fans. Also ganz viele E-Mails erreichen uns, wo die Leute sagen, boah, ich würde so gerne mal die Molly persönlich kennenlernen. Ja, also so wie sie jetzt hier ist, so ist sie halt auch. Also sie räumt auf im Revier für Hunde. Sie hilft mir bei Laienbegegnungen. Sie hilft im Training, im Coaching. Und sie ist eine absolute Schmusebacke. Was ich immer gern mit Molly mache, ist, ich gehe mit ihr auf Tuchfühlung und mache so Faxen mit ihr. Sie mag das einfach, wenn man Blödsinn mit ihr macht. Und sie mag es zu schmusen. Also, Molly ist eine kleine Hündin im Kostüm eines Herdenschutzhundes. Vergesst nicht, Molly hat alle Zügel in der Hand und wird mich fast immer um die Fote wickeln. Aber auch Molly darf wissen, dass sie sich nicht alles erlauben kann. Aber es ist echt schwer. Ja, das waren sie, die Hunde meines Rudels. Also wie ihr gesehen habt, Babu ist der einzige Rüde hier im Bunde mit mir zusammen. Ja, da haben wir nicht immer leichtes Spiel. Und ja, ich mache gerade mit Molly eine Entspannungsübung, wie ihr seht. Und da kommt es sich darauf an, dass sie mir vertraut, dass sie auf meinen Beinen in die Ruhe und in die Ausgeglichenheit kommt. Ja, und was bekomme ich von ihr? Ganz, ganz viel gute Energie. Ja, das war es jetzt erstmal. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Molly natürlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.